Absprungzone vor uns, Cap. Hast du am Samstag was Schönes gemacht? Naja, alle Jungs aus meiner Gesangstruppe sind tot, also nicht wirklich. Wenn du Kirsten aus der Buchhaltung nach einem Date fragst, sagt sie bestimmt ja. Darum frage ich sie nicht. Zu schüchtern oder zu ängstlich? Zu beschäftigt! Hat er einen Fallschirm? Nein. Einen hat er nicht. Ich bin marschiert, um Menschen zu beschützen. Captain, um eine bessere Welt zu schaffen, muss man manchmal die Alte zerstören. Und das schafft Feinde. Sind Sie bereit, der Welt zu zeigen, wie Sie wirklich sind? Schauen Sie aus dem Fenster. Sie kennen die Spielregeln. Chaos, Krieg, es reicht ein einziger Schritt. Wir eliminieren viele Bedrohungen, bevor sie überhaupt stattfinden. Ich dachte, die Bestrafung kommt erst nach dem Verbrechen. Shield nimmt die Welt, wie sie ist, nicht wie wir sie uns wünschen. Das ist keine Freiheit, das ist Angst. Sie müssen beide Augen offen halten. Bevor wir anfangen, will irgendjemand aussteigen? Ihre Arbeit war ein Geschenk für die Menschheit. Sie haben das Jahrhundert geformt. Und das müssen Sie noch einmal tun. Du bist dran. Es geht los. Sch Terrorismus. Du bist dran. Sch», May. »J exec fourn.« Untertitelung des ZDF für funk, 2017